Schock in der Schickuerein an, 0-1 für den 1. FC Heidenheim. Wir kommen zum ersten Badefälle vor dem Stuhl. Ich sagte eben noch, der Drucker kommt, Schimmer und der Stich. Nachdem erst einmal abgewährt wurde, dann Schimmer aus kurzer Distanz. Letzter ein zum 0-1, ein bitterer Nachmittag für Aminia. Die bessere Mannschaft, vorne die Chancen nicht gemacht. Und bei der ersten Möglichkeit, die saß gleich von Heidenheim. 0-1, bitter, bitter, Aminia Bielfeld.